Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren World of Warcraft Tipp Video würde ich mal sagen. Ich habe jetzt von ein paar Freunden gehört und auch von Leuten aus dem Battletact mal eine Frage bekommen. Und zwar ging es darum, dass Leute, Abonnenten von mir und wie gesagt auch Freunde, beim Updates ziehen von WoW das Problem haben, dass aus irgendeinem Grund nicht die volle Bandbreite genutzt wird. Sie so zwischen 90 und 100 Kilobits Downloadgeschwindigkeit haben und sich fragen, woran das Ganze liegt. Und natürlich möchte ich euch dafür auch die Lösung bekannt geben, wie ihr das Ganze ändern könnt, damit ihr die volle Bandbreite zum Downloaden eurer WoW Updates nutzen könnt. Dazu öffnet ihr einmal euren Launcher. Wenn ihr den Launcher geöffnet habt, klickt ihr einmal hier oben drauf, hier oben links. Dann geht ihr auf Einstellungen, Installation und Updates, scrollt einmal komplett runter. Dann kommt ihr sozusagen bei dem Punkt Netzwerkbandbreite an. Und dort steht bei den meisten Leuten, nicht bei allen, bei den meisten Leuten steht von Blizzard aus standardmäßig hier eine 100 drin. Das heißt dann sozusagen, ihr downloadet mit 100 Kilobytes maximal. Das Ganze ist von Blizzard halt so vorgegeben. Wenn ihr das nicht ändert, dann habt ihr immer das Problem, dass ihr maximal mit 100 Kilobytes die Updates runterzieht. Meine Freunde und so dachten sich dann, die haben mir das dann geschrieben und dachten sich, Okay, vielleicht liegt es einfach daran, die Auslastung, dass einfach so viele Leute runterladen, dass einfach mehr nicht möglich ist. Das stimmt nicht. Wenn ihr hier eine 100 drin stehen haben solltet, dann gebt ihr einfach 0 ein jeweils. 0 heißt unbegrenzt und schon könnt ihr mit voller Leistung eure Updates runterziehen. Wenn, was weiß ich, statt mit 100 Kilobytes, dann mit 1 MB, Mbit, 2 MB oder 100, nein jetzt übertrieben, aber so mit 11 MB oder so pro Sekunde ist das Ganze dann natürlich möglich, wenn ihr 0 eingibt. Ja, das war auch schon soweit das kurze Tipp-Tutorial-Video. Ich wollte das Video auf jeden Fall raushauen, damit die Leute, die das Problem haben, das jetzt natürlich mit diesem Video beheben können. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch weiterhelfen mit dem Video und wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.